Selbstverteidigung für Kinder heißt ein Ferienpassangebot in der Gemeinde Bad Zwischenahn. Wilfried Lange, ein langjähriger Kampfsportler, trainiert mit den Mädchen und Jungen im Orwiger Dorfgemeinschaftshaus. Er zeigt den Kindern einfache Tricks und Techniken, damit sie sich in bedrohlichen Situationen behaupten können. Außerdem übt er mit ihnen selbstbewusster durch die Welt zu gehen. Untertitelung des ZDF, 2020